Ich lerne Deutsch und Englisch a. Damit mehr Chancen im Beruf zu haben b. Um mehr Chancen im Beruf zu haben c. Für mehr Chancen im Beruf zu haben d. Sodass mehr Chancen im Beruf zu haben Schreibt die richtige Antwort in die Kommentare und schreibt die richtige Antwort nach sich über die Schöne und die Schöne zu haben. Ich habe die Schöne und die Schöne aus dem Beruf zu haben. Ich werde die Schöne und die Schöne Untertitelung des ZDF, 2020